Die Chemiebranche mit 433.000 Beschäftigten und einem Gesamtumsatz von 187 Milliarden Euro ist sie das Rückgrat der Wirtschaft und innerhalb der Industrie ein starker Wirbel. Sie ist Schrittmacher für Innovationen, die nachhaltige Lösungen erst ermöglichen. Nachhaltigkeit ist für die Branche kein Modewort, sondern gelebtes Tagesgeschäft, wie der Präsident des VCI betont. Nachhaltigkeit ist für uns als chemische Industrie Teil unserer unternehmerischen Verantwortung. Es ist eine bemerkenswerte Strategie, diese Initiative. Wir werden unserer Verantwortung am Standort Deutschland gerecht und sichern gleichzeitig unsere Wettbewerbsfähigkeit. Um es sehr deutlich zu sagen, das ist keine Wohlfühl- oder Kuschelaktion. Wir ziehen in diesen Themen aber alle an einem Strang, weil Nachhaltigkeit zwar verordnet werden muss, aber nicht nur verordnet werden kann. Nachhaltigkeit muss gelebt werden und das können wir nur gemeinschaftlich umsetzen. Die Allianzpartner sind sich einig, Nachhaltigkeit ist für die Branche die richtige Zukunftsstrategie. Sei es die Erschließung neuer umweltfreundlicher Energiequellen, sei es energiesparendes Bauen und Wohnen, sei es die Sicherstellung umweltfreundlicher Mobilität. Zur Lösung all dieser Herausforderungen, dabei handelt es sich auch um globale Herausforderungen, ist Chemie unverzichtbar. Die Chemie ist Teil der Lösung, nicht Teil des Problems. Wie kaum eine andere Branche hängt die Wettbewerbsfähigkeit der Chemie von ihren Innovationen ab. Dazu braucht es gut ausgebildete Arbeitskräfte und vor allem ein Klima, in dem die Beschäftigten ihre Kreativität voll entfalten können. Die Sozialpartnerschaft sorgt für einen respektvollen Umgang miteinander. Margret Sokale weiß um die Bedeutung. Für die Chemiearbeitgeber ist die Sozialpartnerschaft ein zentraler Baustein der nachhaltigen Entwicklung. Und meines Erachtens kommt dieser Punkt in der öffentlichen Wahrnehmung und der großen Diskussion über die Nachhaltigkeit immer ein bisschen zu kurz. Nachhaltigkeit ohne Sozialpartnerschaft ist nicht denkbar. Und die Chemie in Deutschland steht für gute Arbeitsbedingungen und einen fairen Umgang zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Angesichts des demografischen Wandels sieht der BAVC die Initiative als wichtigen Beitrag im Wettbewerb um die Fachkräfte von morgen. Mit Chemie hoch 3 unterstreichen wir, wie attraktiv die Chemie als Arbeitgeber ist. Dass die Chemiebranche zeigt, dass die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit und Sozialpartnerschaft ein sehr gutes Modell ist. Sozialpartnerschaft hat in der Chemie eine lange Tradition. Sie ist ein Grund für die Stärke und Zukunftsfähigkeit der Branche, weil Konflikte nicht ausgeblendet, sondern partnerschaftlich und auf Augenhöhe gelöst werden. Ein Prinzip, das die Initiative vorantreiben will. Michael Vasiljades wünscht sich mehr Dialog ohne ideologische Scheuklappen. Die Zeit des Verharrens in den alten Schützengräben sollte der Vergangenheit angehören. Das verlangt, dass man ökonomische, soziale und ökologische Zielsetzungen als gleichrangig und gleichberechtigt akzeptiert. Und das erfordert eine Kultur, die jeweiligen Argumente zu hören, zu prüfen und tragfähige Kompromisse zu finden, statt einem fundamentalistischen Entweder-oder anzuhängen. Mit Chemie hoch 3 beschreitet die Branche neue Wege in der Kommunikation und sucht das offene Gespräch. Auch im Wissen darum, dass sie das Prinzip der Nachhaltigkeit allein nicht voll entfalten kann. Die Akzeptanz der Gesellschaft und die Unterstützung weiterer Partner aus der Wirtschaft sind genauso notwendig wie verträgliche Rahmenbedingungen. Chemie hoch 3 will die Politik dabei unterstützen, erwartet aber auch politische Unterstützung für ihren Weg. Wir brauchen zum Beispiel Mechanismen, die künftig sicherstellen, dass die Gesetzgebungsverfahren alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit auch wirklich Einklang finden. Chemie hoch 3 ist unser Angebot, gemeinsam in unserer Gesellschaft einen offenen Diskurs über die Entwicklung zu nachhaltigem Fortschritt zu beginnen oder zu fördern.